Neue IT-Azubis und Quereinsteiger perfekt einarbeiten, ohne dass du selbst viel Zeit dafür investieren musst. In nur zwölf Wochen zu zuverlässigen und gut eingearbeiteten Mitarbeitern, ohne dass ein Ausbilder dafür viel Zeit investieren muss. Große Herausforderung in jedem IT-Unternehmen. Jedes Mal, wenn du neue Azubis und Quereinsteiger in dein IT-Unternehmen aufnimmst, ist es wie betriebsinterne Sabotage. Es bringt einfach alle Abläufe durcheinander. Riesiger Zeitaufwand, immer wieder das Gleiche erklären. Dann schwankende Qualität in deiner Firma, da knirschen die Zahnräder, wenn neue Azubis und Quereinsteiger reinkommen. Kennst du wahrscheinlich auch. Und der Wunsch jedes IT-Unternehmens ist, wenn die Einarbeitung in die wirklich wichtigen Themen wie von selbst in gleichbleibender Qualität erfolgen würde. Das wäre zu schön, um wahr zu sein, wenn die Mitarbeiter immer wieder auf dem gleichen Niveau eingearbeitet werden und ohne, dass sie etablierten Kollegen dabei von ihrer produktiven Arbeit abgelenkt werden. So der Idealzustand. Und genauso ging es mir in meinem eigenen IT-Unternehmen und in mittlerweile 25 Jahren als Ausbilder und bei über 320 Onboarding-Prozessen habe ich irgendwann meine Lösung gefunden. Ich habe endlich die Inhalte herausgearbeitet und digitalisiert und in einen Online-Kurs reingepackt, die neue Azubis in wenigen Wochen perfekt einarbeiten. Und wir sorgen dafür, dass deine neuen Azubis und Quereinsteiger nur zwölf Wochen Schritt für Schritt parallel zur täglichen Arbeit eingearbeitet werden. Du musst dich dabei um nichts kümmern. Und das funktioniert mit unserem neuen Online-Schulungsprogramm IT Mover. Das steht für IT-Mitarbeiter-Onboarding-Videokurs. Und wie erreichen wir das Ziel? In diesem zwölfwöchigen Online-Kurs arbeiten wir dann in neuen IT-Mitarbeiter ganz gezielt in die neuen Themen ein. Und dabei sind es die wirklich wichtigen Themen. Wie zum Beispiel, wie funktioniert ein IT-Unternehmen? Welche Abteilungen arbeiten wie zusammen? Und wie organisiere ich mich selbst? Ganz wichtiges Thema. Wie übernehme ich Verantwortung und Sorge dafür, auch ernst genommen zu werden von Kollegen und Kunden? Und wie werden Serviceeinsätze überhaupt erbracht? Von der Serviceannahme über die Serviceerbringung, den Servicebericht und die Abrechnung, das Abschlussgespräch und die wichtigsten 50 Fachbegriffe der IT-Branche, damit einen der Kunde versteht und wir den Kunden verstehen. Und wie wirkt es auf Kollegen, wenn ich mich krank melde? Ganz wichtiges Thema. Und Arbeitssicherheit, ein paar wichtige Themen, wo du sowieso eine Unterweisung der Mitarbeiter vornehmen musst. Kurz zusammengefasst. Das sind genau die Methoden, wie wir dann den Mitarbeiter einarbeiten werden. Und dabei kommt die große Frage auf, woher weißt du denn, dass der Online-Kurs auch tatsächlich durchgearbeitet wird? Und das erreichen wir, dass jede Wochenlektion, für die die Mitarbeiter ungefähr 90 Minuten brauchen, wird nach jeder Wochenlektion ein Multiple-Choice-Test durchgeführt zur Lernzielkontrolle. Das Ergebnis wird dir dann zugeschickt und du siehst dann ganz genau, ob diese Mitarbeiter auch wirklich den Videokurs durchgearbeitet haben. Und so weißt du auch ganz sicher, dass die Einarbeitung Schritt für Schritt stattfindet. Und genau darum geht es. Und wenn du diesen Lernerfolg sehen möchtest, dann haben wir für dich messbare Ergebnisse von diesen drei verschiedenen Lernmethoden. Du könntest natürlich auch weiterhin so fortgehen, dass die Einarbeitung parallel normal zum Job stattfindet. Und dann gibt es immer mal wieder so kleine Aha-Erlebnisse für Azubis, meistens in schmerzhaften und teuren Fehlersituationen. Dann lernen sie was, dann fällt die Lernkurve wieder ab und es gibt einfach nur ein Auf und Ab. Eine richtige Entwicklung ist nicht zu sehen. Eine andere Möglichkeit sind so diese Workshops, wo man mal ein Wochenende die Azubis einsperrt oder sie auf ein Wochenende schickt. Dann haben sie super Ideen, tolle Impulse, nehmen das mit und danach geht das aber nach diesem Wochenende drei, vier Tage später die Motivation nach unten. Und das Besondere bei der IT-Mover-Methode ist es, dass es parallel zum Berufsleben immer jede Woche Schritt für Schritt neue Lernimpulse gibt, die aufeinander aufbauen. Und somit erfolgt eine perfekte Einarbeitung von deinen neuen IT-Azubis und Quereinsteigern und du musst dich dabei um nichts kümmern. Alles, was du dazu brauchst, haben wir in unserem Mitarbeiter Softskill Flatrate für IT-Mitarbeiter zusammengefasst. Das heißt, wir übernehmen das digitale Onboarding, die digitale Einarbeitung von neuen Azubis und Quereinsteigern mit unserem IT-Mover-Programm. Und zusätzlich haben wir noch zwei weitere Online-Schulungen mit dazu gepackt, nämlich einerseits die serviceorientierte Kundenkommunikation für Mitarbeiter, damit Techniker auch so sprechen, dass die Kunden sie verstehen und der Kunde sich optimal abgeholt fühlt und nachher auch gerne seine Service-Rechnung bezahlt. Und darüber hinaus der direkte Verkauf von Technikern im Serviceeinsatz. Wie bringt man Techniker dazu, dass sie draußen beim Kunden immer wieder neue IT-Lösungen und Managed Service-Verträge verkaufen? Und wenn du dieses Gesamtpaket nutzen möchtest, dann klicke jetzt hier, sichere dir die Information für unsere Mitarbeiter Softskill Flatrate für IT-Personal. Bis dahin, dein Mike Bergmann.